Ein bisschen mehr Erfahrung sammeln in Remixen, da ich selber noch nicht wirklich Remixe gemacht habe. Also ich sage mal so, die Pandemie war auf jeden Fall nicht der Grund, warum ich dabei sein wollte, aber die Pandemie hat auf jeden Fall zugelassen, dass ich sagen konnte, okay, ich weiß, dass ich nicht auf Tour bin. Man hat immer Lust, mehr Musik zu machen und mal Songs zu remixen, haben auch immer so eine besondere Herausforderung teilweise, weil das immer unterschiedliche ist. Auf Wiedersehen.